So, herzlich willkommen zur Opening World. Schauen wir uns mal an, was die Amerikaner uns zu bieten haben heute. Handelsauftakt. Mensch, im Oktober ist es wirklich gut gelaufen mit den Aktien. Bislang Dow ist kräftig gestiegen, Tech ist gestiegen, S&P ist gestiegen. Dann muss man ja sagen, es ist Oktober. Aber jetzt schauen wir mal nach Frankfurt zuerst, bevor wir uns mit der Wall Street beschäftigen. Auch da sieht es gar nicht so schlecht aus. Dir erstmal einen schönen guten Tag, liebe Viola. Tja, was haben wir noch zu erwarten für die kommenden Stunden? Ja, moin aus Frankfurt. Ja, es sieht zwar nicht schlecht aus, das hast du ja gerade schon so anklingen lassen, aber jetzt die ganz überschäumende Stimmung sehen wir auch nicht. Immerhin, wir konnten heute schon anknüpfen an den positiv ausgegangenen Freitag vergangener Woche, wobei auf Wochensicht haben wir letzte Woche ja ein kleines Minus eingefahren. Also das heißt, die Stimmung ist nach wie vor so ein bisschen abwartend und wir haben heute schon schwache IFO-Daten gesehen. Zum vierten Mal in Folge ist der IFO-Index gesunken. Also das sind jetzt eigentlich auch keine positiven Nachrichten. Aber das Spannende ist im Moment natürlich auch die Berichtssaison. Zum einen die Tech-Schwergewichte aus den USA, die in dieser Woche vorliegen. Also Facebook heute Abend zum Beispiel, lauf der Woche folgen Amazon, Microsoft, Alphabet. Da wird man natürlich sehr genau gucken, wie sich das Thema Lieferengpässe gerade im Chip- und Halbleiterbereich bemerkbar gemacht hat. Aber generell die Frage, halten die Daten quasi das Tempo und so ein bisschen die Tonart, was wir jetzt schon gesehen hatten von Seiten der Berichtssaison. Und natürlich die Frage, bei uns kommt jetzt auch so langsam die heiße Phase der Berichtssaison. Da wird auch einiges vorgelegt im Lauf der Woche. Können wir uns da eben auch anschließen an starke Zahlen, die wir zum Teil aus den USA gesehen haben. Und ja, davor sehen wir jetzt eine etwas abwartende Haltung, aber freundlich abwartend. Wir haben weiterhin die Ölpreise auf mehr Jahreshoch, also sowohl bei Brent als auch bei WTI. Das sind eigentlich alles die altbekannten Belastungsfaktoren, aber im Moment scheint man trotzdem der Berichtssaison quasi eine Chance zu geben, positive Impulse abzuliefern. Wir sind jetzt die ganze Zeit schon, man sieht es quasi hinter mir beim DAX, leicht im Plus unterwegs im Moment. Kleines Plus immerhin knapp 0,4 Prozent, 15.600 gerade mal wieder übersprungen. Also freundlich abwarten, so könnte man es gerade beschreiben. Und dann sind wir natürlich sehr gespannt, was die Wall Street abliefert und heute Abend dann Facebook. Genau, da sind wir wirklich gespannt. Ja, auf jeden Fall erstmal einen schönen Dank, schönen Tag nach Frankfurt. Und wir schauen jetzt mal freundlich gespannt. Das ist eine sehr schön, das ist sehr schön umrissen, wie es momentan hier losgehen wird in den USA. Sie sehen es, es sind ja nicht nur die steigenden Ölpreise, es sind auch die steigenden Renditen. Irgendwann kommt das wieder. Momentan allerdings noch alles eher unter dem Deckel. Jetzt schauen wir uns erstmal die Zahlen an. Und Sie sehen es, die Future sind da durchaus etwas positiv. Allerdings noch ohne die ganz große Richtung. Und heute Abend, da geht es drum. Und dann in den kommenden Tagen natürlich, da machen wir dann richtig ein Fass auf, wie man so schön sagt. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Das muss ich nochmal. Genau, morgen. Robin Hood, das wird mich übrigens persönlich noch interessieren. Also nicht, dass mich die anderen nicht interessieren. Aber Robin Hood finde ich momentan schon recht wichtig, weil eben das Geschäftsmodell per se ja, ich will nicht sagen in Frage steht. Aber es ist auf jeden Fall mal auf dem Prüfstand. Und sollte die SEC hier irgendwann zu der Meinung oder zu der Überzeugung gelangen, dass der Verkauf des Order-Buchs eben nicht mehr zukünftig gemacht werden darf und das regulieren, dann wäre natürlich da sicherlich schon, das wäre schon ein ordentlicher Einschlag. Twitter, da könnte sich tatsächlich auch morgen was ergeben. Wir haben die Zahlen von Snap gesehen und wir haben vor allen Dingen gesehen, was es macht, was es ausmacht, dass der Datenschutz, letztendlich der Verbraucherschutz bei Apple jetzt auch umgeschraubt wurde. Denn bei Snap sagt man, das hat größere und gravierendere Auswirkungen, als man das vermutet hatte. Und zwar operativ gesehen negative. Und da könnte dann Twitter natürlich ebenfalls von betroffen sein. Übrigens, Jack Dorsey, der ja vor einer Hyperinflation gewarnt hat. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Jedes Mal, wenn ich Jack Dorsey, den kenne ich ja noch von früher. Wir verfolgen ja das Unternehmen schon doch einige Jahre. Und eine interessante Wandlung, die der gute Mann durchgemacht hat. Wenn ich ihn jetzt auf Fotos sehe, gerade so braun gebrannt mit seinem, ich weiß nicht, Kiffer-T-Shirt, kann man das so nennen? Ich glaube, der hat ein Kiffer-T-Shirt an, dieser Sonnenuntergang, ist nicht noch irgendwie was draufgestickt und dann der Ziegenbart. Und ansonsten, tja, ja, was habe ich falsch gemacht? Offensichtlich was falsch gemacht. Irgendwann geht es gut, keine Frage. So, und dann haben wir am Donnerstag Amazon. Und das ist ganz interessant, wir haben ja nicht nur Amazon, wir haben ja auch noch Shopify. Dann vor Handelsbeginn und Apple kommt da auch nochmal. Also richtig, richtig interessante Kiste. Und dann am Freitag mit dem Abschluss Exxon Mobile. Facebook, da wird es heute drum gehen. Die haben am Freitag ordentlich eine verbraten gekriegt, dann im Nachklapp von Snap. Und die Befürchtung, wie gesagt, dass sich das Ganze hier auch im operativen Geschäft letztendlich widerspiegeln könnte. Und jetzt schauen wir, was die denn eigentlich so erwarten. Beim Umsatz 29 Milliarden, knapp über 29 Milliarden und ein Gewinn von 3,20. Roundabout. Aber interessant wird natürlich sein, wie haben sich die täglich aktiven Nutzerzahlen entwickelt. 1,9 Milliarden waren es zuletzt, monatlich aktiv rund 3 Milliarden, was immerhin 40 Prozent, so über den Daumen gepeilt, 40 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Und von daher, das sind natürlich dann genau die Werte, auf die momentan die Anleger schauen, nämlich dann auf die Werbeumsätze. Darum geht es. Und das ist jetzt momentan wirklich eine große Blackbox. Da kann man jetzt abwarten, wie sich das Ganze heute Abend entwickeln wird. Bei Snap waren es ja nicht die Zahlen dann per se, die gemeldet wurden für das dritte Quartal. Die waren ja tatsächlich gerade, was das Nutzerwachstum betrifft, sehr ordentlich gewesen. Und beim Umsatz hat man jetzt wirklich nicht so groß verfehlt, als dass man da ein Viertel des Börsenwerts hätte wegnehmen müssen. Aber es ist eben der Ausblick gewesen. Und das ist die Gefahr, die wir dann natürlich auch für Werte wie Facebook sehen und vielleicht dann auch für Twitter. Wenn wir uns insgesamt anschauen, wie sich Big Tech bisher entwickelt hat, muss man sagen, sehr ordentlich. Also, in diesem Index letztendlich sind ja nicht nur die großen US-Tech-Werte, es sind insgesamt zehn Werte, glaube ich, die da inkludiert sind. Es gehört auch Alibaba mit dazu. Ich habe eine Baidu mit drin gesehen. Und die sind trotzdem, obwohl es für Alibaba ja eher nach unten ging und für Baidu zeitweise auch, hat sich der Index trotzdem nach oben entwickelt. Übrigens, wenn Sie das Ganze dann seit Jahresbeginn sehen und das vergleichen mit dem GAFAM-Index vom Aktionär, muss man sagen, dass sich der GAFAM-Index tatsächlich besser geschlagen hat. So, PayPal. Das ist sicherlich einer der großen Storys heute, die gespielt werden an der Wallstreet, weil PayPal gesagt hat, wir haben kein Interesse an Pinterest. Und da sind eben mal 40 Milliarden, 45 Milliarden Dollar gespart worden. Gut, die wurden ja auch nicht ausgegeben. Und wenn das wirklich nur ein Gerücht gewesen ist, dann standen die auch nie zur Disposition. Aber am Freitag war das natürlich schon ein großes Thema am Markt. Ja, dass es hieß, Mensch, wenn die die übernehmen, ja, was wollen die damit? Ich fand die Idee jetzt gar nicht mal so uncharmant. Also, klar, sie hätten die Möglichkeit gehabt, über Pinterest in den E-Commerce reinzukommen. Und natürlich die eigenen Werbe-, also die eigenen Händler, die bei PayPal letztendlich mit dabei sind, die hätte man dann vielleicht eher in die Richtung auch Pinterest mit reinziehen können. Vielleicht hätte man die zu mehr Online-Werbung letztendlich animieren können. Also, vom Prinzip her interessant, ja, ein Fintech-Unternehmen, das dann in den E-Commerce geht, weil ja bisher ist es ja eigentlich immer so, dass E-Commerce-Unternehmen dann auch bei Fintech mitmischen wollen, wenn sie sich das in den vergangenen Jahren angeschaut haben. Also, durchaus hier eine gewisse Logik drin zu erkennen, aber jetzt ist halt so, jetzt sieht es nicht danach aus, als wenn es dazu kommt, zu einem solchen Deal. Und deshalb die Aktie von PayPal übrigens vorbörslich deutlich im Euro im Plus. Bei Pinterest geht es hingegen deutlich nach unten. Minus 16 Prozent, habe ich vorhin gesehen. Naja, es wird letztendlich das wieder abgebaut, was wir hier gesehen hatten, nämlich diese Spekulations, dieser Spekulationsanstieg, dass sie vielleicht gekauft werden und dass es da jetzt Reichtümer zu erwirtschaften gibt für die Anleger. Bei Tesla braucht man solche Gerüchte nicht. Ist so, die Aktie läuft wohnt dann, klasse. Und jetzt gibt es heute Morgen, gab es ja die Nachricht, dass Hertz, also dieser riesige Mietwagenkonzern, dass sie 100.000 Tesla geordert hätten. Das sind auch dann schon immer Größenordnungen. Ich weiß nicht, wer ist denn derjenige, der dann da wirklich seinen Servus drunter macht unter so einen Vertrag? Weil ich meine, da geht es ja eben mal um ein paar Milliarden Dollar. Das stelle ich mir dann schon relativ aufregend vor. Wird das dann, so ist das in einem Fluss oder zittert da ein bisschen die Hand? Ich weiß es nicht, aber natürlich wird man sich bei Tesla über solche Order sicherlich freuen. Zumal es jetzt auch weitere Studien gibt von Analysten, von unter anderem Morgan Stanley, die sich sehr positiv zu Tesla geäußert haben, was da alles in den kommenden Jahren noch passieren könnte. Und die haben ja auch, Morgan Stanley hat ja ein Kursziel, ich glaube von 1200 Dollar. Das ist von jetzt ausgerechnet noch, seit wo um die 30 Prozent noch, wäre machbar. Ja, für den Rest des Jahres. Wenn wir uns den Anstieg anschauen von 800 auf 900, jetzt sind wir vorbörsig, sind wir auch schon wieder deutlich im Plus. Wenn ich das richtig gesehen hatte, dann dürfte es da eben weitergehen und dann sind 1200 Dollar sicherlich auch machbar. Über die Bewertung muss man da, glaube ich, momentan eher nicht sprechen. Bei Biontech, da muss man über die Bewertung sprechen, denn na klar, das sieht im ersten Moment dann teuer aus. Aber die Anleger kaufen eben nicht nur den Covid-Impfstoff, sondern sie kaufen prinzipiell die Möglichkeit einer Plattform, die in den kommenden Jahren nicht nur eingesetzt werden kann, um dann das Coronavirus zu bekämpfen, sondern tatsächlich auch unter, das ist die Hoffnung, ja, dass man es gegen Krebs, gegen verschiedene Krebsarten einsetzen kann. Das ist ja genau das, worum es bei Biontech eben geht. Heute aber geht es eben tatsächlich nochmal um das Coronavirus, nämlich, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs in der Altersklasse 5 bis 11 bei 90,7 Prozent liegt. Und das bedeutet, dass wir vielleicht auch noch im November dann eine Freigabe sehen für Biontech, Pfizer in den USA, die entsprechende Altersgruppe durchzuimpfen. Bei Visa sehen wir ebenfalls morgen dann die Quartalszahlen. Sehr interessante charttechnische Ausgangssituation. Die Aktien in den vergangenen Wochen eher seitwärts unterwegs gewesen. Und wenn das hier funktioniert, also wenn Sie morgen tatsächlich mit den Zahlen überzeugen sollten und dazu kommen wir dann natürlich morgen noch, dann könnten wir hier rausspringen aus dieser Seitwärtsbewegung. Und mein Kollege Timo Nützel, der hat sich das ganze charttechnisch schon angeschaut und sagt, sehr, sehr interessant. Also da kann tatsächlich was funktionieren. Und wenn die ausbricht, dann mit einem entsprechend lauten Knall. Bei Jinko Solar, die profitieren momentan vor allen Dingen davon, von der Nachfrage, von der steigenden Nachfrage nach Lösungen für regenerative Energien. Also letztendlich Solarstrom und bei denen ist es so, die Bewertung sehr moderat. Muss man tatsächlich sagen. Ich hatte es mir aufgeschrieben, dass KGV auf Basis der nächstjährigen Gewinne tatsächlich bei 10 und das Ganze bei doch deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Umsatz soll glaube ich um 25 Prozent noch einmal zu legen. Das Ganze in den kommenden Jahren. Es wird sich dann natürlich etwas abschwächen. Aber prinzipiell ist das Unternehmen auf Wachstumskurs und trotzdem noch günstig bewertet. Das gilt für viele chinesische E-Commerce-Unternehmen. Ebenfalls Jedicom. Sie sehen es sehr interessant. Deshalb, wir haben hier diese Erholungsbewegung gesehen, die wir ja bei vielen Unternehmen hatten aus dem Bereich. Es war Alibaba, war Baidu. Die haben alle jetzt in den vergangenen Wochen durchaus etwas zulegen können. Aber Jedicom ist da immer so ein bisschen unter dem Deckel. Also man denkt dann zuerst an Tencent, Alibaba, meinetwegen noch eine Baidu und da gehen die immer so ein bisschen unter. Was tatsächlich ein wenig schade ist, denn die hat sich durchaus gut gehalten in den letzten Monaten, muss man so sehen. Und wir hatten jetzt tatsächlich hier sogar noch so ein kleines Kaufsignal. Also von daher, wer das Thema spielen will, E-Commerce auch gut findet und da nicht immer einen Lautschläger vorne dran braucht, weil das Management bei Jedicom sehr konservativ ist, eher die Öffentlichkeit scheut und dafür liefern sie sehr gut. Also operativ ist das wirklich eine tolle Geschichte, auch mit der eigenen Logistik. Wir hatten das, glaube ich, schon mal auseinanderklabüstert. Es ist eben nicht nur E-Commerce, es ist ja die Logistik, die mit dranhängt, Gesundheit, die mit dranhängt, die Cloud, die mit dranhängt, KI und so weiter und so fort. Online- und Offlinehandel, das Ganze, also New Retail, das Ganze kombiniert. Sehr schönes Unternehmen, das ich persönlich eigentlich dauerhaft auf meiner Watchlist habe. Bilibili, ich hatte es Ihnen schon erklärt, wenn Sie das Thema natürlich spielen wollen mit China und Tech und Erholung, dann ist Bilibili tatsächlich eine ganz gute Idee, weil die Aktie stärker entwickelt, stärker bewegt, als das normalerweise so die ganz großen, diese Headline-Unternehmen machen. Alibaba, Tencent, Baidu, die bewegen sich zwar auch, aber die bewegt sich hier eben schneller, genauso wie Pindu-Du. Da geht es ja auch immer, wenn es hoch geht, geht es schnell, wenn es runter geht, geht es eben auch schnell. Das heißt, für Leute, die da eher sagen, Mensch, wenn sie sich schon mal erholen, dann möchte ich auch mehr dabei sein und dann will ich da ein bisschen mehr Action haben, da sind solche Geschichten wie Bilibili dann sicherlich erste Wahl. So, wird ein spannender Handelstag, das wird eine sehr, sehr spannende Handelswoche, davon bin ich fest überzeugt und ich hoffe, dass wir am Ende ein positives Resümee ziehen können. Momentan muss man ja noch sagen, dass der Großteil der Unternehmen, die gemeldet haben, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen in ein anderes Licht geraten ist. Aber der Großteil hat wirklich positiv überrascht und deshalb sind die Märkte auch weiter auf Rekordkurs. Können Sie von mir aus auch gerne bleiben. Ansonsten, wir sehen uns wieder mit den Märkten am Morgen. Bis morgen dann. Gute Zeit und gute Kurse. Tschüss.